Aus welchem Grund unterstützen Sie den Austrian SDG Award? Die BDO ist ein Unternehmen mit fast 900 Mitarbeitern und da hat man auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir widmen uns dem Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv und unterstützen daher diesen Award und das tun wir auch sehr gerne. Ich habe mich schon im Studium mit der Fragestellung nachhaltiger Entwicklung auseinandergesetzt, habe damals die ersten Konzepte auch dazu geschrieben. Ich muss leider sagen, wir haben in den letzten einigen Jahren und das ist mit dem Studium schon ein paar Jahre her, wenig Entwicklung gemacht. Deswegen halte ich es für besonders wichtig, dass wir Unternehmen wirklich vor den Vorhang heben und helfen und schauen, die auch zu sagen, wie können wir die noch unterstützen und da ist sicher der Award ein gutes Beispiel dafür. Wir von der Donauversicherung freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Award zu unterstützen, weil wir uns als ein Unternehmen sehen, das in die Zukunft blickt und die Zukunft auch für unsere Nachkommen, für unsere Kinder und Enkelkinder so schön erhalten wollen, wie sie heute ist und vielleicht noch verbessern wollen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen und ein wenig ein Sponsoring übernehmen durften. Ich glaube, das ist etwas, was die Wirtschaft stärkt, was auch wirklich ein soziales Engagement darstellt und darum unterstützen wir das als Magenta sehr gerne. Weil wir selbst die SDGs leben, wir bemühen uns mit aller Kraft, diese zu leben. Wir sind seit unserer Gründung im Jahr 2002 ein nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen und haben als einziges Unternehmen in unserer Branche seit der Gründung einen eigenen Ethikbeirat. Und da haben die SDGs natürlich jetzt immer eine Rolle gespielt. Wir sind auch Host für SDG 13 für den Klimaschutz. Mit einem Wort, wir sind wirklich da voll dabei. Melodie Melodie Untertitelung des ZDF, 2020